Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Call of Duty Warfare 3. Wir sind hier mitten im Krieg. Wir müssen zu Ostbury gelangen. Walk sichern. Das wird ein harter Call of Duty Warfare 3. Nicht gut. Ja, ist schon super los heute. Was zu... Ah, cool. Ähm, kann ich ranzoomen. Ah ja. Mit oben und unten kann ich soomen. Ah ja. Sehr schön. Okay. Sehr schön. Das heißt, wir dürfen schießen. Ich mag diese Mission ja irgendwie dann doch noch. Das sind noch ein paar Panzer. Ich glaube, dafür können wir so nicht hin. Jo. Ich sehe hier unten lauter Einzelteile. So. Äh, der Hubschrauber könnte vielleicht mehr weg. Ah, das kriegen wir so nicht hin. Ja, aber da sind doch noch Helikopter. So. Ah, das wird nicht klappen. Das sind direkte Treffer gehen da. Ja. Ja. Das wird nicht springen. Ja. Ja. Sehr schön. Boah. 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 Wo jetzt? Wo jetzt? Okay. Außerungsreise. Sehr schön. Ach du Scheiße. Ich bin gar nicht gut. Warum habe ich denn gerade geschossen? Ja, so eine A-C-130 kann auch angegriffen werden. Ui. Ah, da kam jetzt der Schuss von uns anscheinend. Ist das Dancer Washington? Ja, ja, ja. Nein, die Ziele wurden mir aber nicht angezeigt. Schön doch, dass der die, dass die Gegner, die Markierung der Ziele vom Gegner, äh, also dass wir die vom Gegner haben, die Markierung. Das, äh, würde mich an der Stelle sehr beruhigen. G-36, aber wir haben eine M4A1, das ist natürlich... Wenn ich einen für einen zockt, muss ich mich auf die G-36 wechseln. Oh, ja, ich sehe da was Nettes. Was ist das? Es ist ein... Bischof. Naja, okay. Nettes. 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 Ist doch untertrieben. Tach. Tach. Nettes. 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 gerade sagen dann schon eher so jetzt okay das ist kein gegner ich bin doch schon dabei zu gehen remington ich versuche ein bisschen da ist ja wunderbar akars akars wo sind die wie die hühner auf der stange so sehr wichtig genau auf der stange so das ist die botschaft kann es sein die amerikanische botschaft wenigstens hängen noch die amerikanischen flanken alles andere wäre traurig ja da oben und dort und vielleicht noch hier das hätten wir dann mal oh ja das ist schick auch die scheiße na klasse na ich freue mich ich freue mich wie ein unikriefes Pferd kann man übrigens nicht besser werden da gibt es zu wenig viel dafür wenn man nicht gerade die diakonale ziele gelten ist so na verdammt ich will immer gucken auf der kamera ob man meine dinger sieht ja so das war es mit dem hebe da ist ein panzer sehr schön naja man sieht es auf der kamera ich habe es gerade gesehen huch habt ihr den vibrations alarm gehört ähm oh das war knapp das war ganz knapp ist das hier elikopterfeindliche ach du scheiße na ich weiß nicht doch das kann klappen meine ich doch okay oh scheiße na das ist ja ja lad nach lad nach lad nach ach du scheiße ähm ja 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 ich versuch's jetzt kratzt doch noch meine auge ich versuch mein bestes ja okay warte mal da ist der eiffelturm nicht schon wieder auf die brücke nicht schon wieder auf die brücke vom eiffelturm da ist der eiffelturm ja 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 der Eiffelturm mit umkippen. Das weiß ich. Das ist, wenn ich... Habe ich ja schon mal erwähnt. Wenn Call of Duty diese Vorlage hat, dann werden sie sich die nicht nehmen lassen. Wo? Da. Ich habe ihn im Vizier und Schuss. Oh, scheiße. Der Eiffelturm ist nicht so ganz heiler. Ich meine ja nur. Oh, 100 Schuss habe ich. 100. Ja, da kann ich meine Scharfschützen gelöst der Komplett freien Lauf lassen. Wenn ich es denn hinkriege. Fuck. Warte schon, wenn der Restaurant da oben ist. Schweineteuer. So. Äh. Nein. Hinlegen. Ist das zu nah? Na, es ist sogar eher zu weit. Wo ist denn die Gegner? Na, klasse. Ein Kniller. Ein ganz großer Schuss. Ein Schuss ins Blaue vielleicht. Ah. Hier. Äh. Hallo. Ich bin kein guter Sniper. Ich weiß. Ich weiß. So. Na. 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 Ach, weißt du was? Ich versuche es einfach mit der. Einfach da hinten, würde ich sagen. Leute, da ist der Eifelturm. Warte mal, dann ist hier. Ja. Das Gebäude. Ui. Acker ohne Holografische. Okay. Oh Gott. Weg, weg, weg. Einfach weg damit. Flugzeuge. Ey, scheiße, man. Der darf mich schon wieder umkippen. Mhm. Wow. War das ein Flugzeug? Noch hälter. Noch. Aber alleine das kann ich halten. Das und das. Na, der Boden sieht ja noch recht gut aus. Wow. Da. Na, was? Nein. Ich hab doch noch mal Kaffee getrunken. Die Herren der Schöpfung. Mein Mikrofon ist an. Okay. Weil gelegentlich versuche ich das auszuschalten, wenn ich mein Kaffeechen trinke. Ein Kaffeechen mit zwei Löffelchen Zucker. Und viel Pulverchen Pulver. Dass das eher so ein Bitterchen ist. Ei, ei, ei. Oh Gott. Oh Gott. So. Wow. Yo. Weg, weg, weg. Alles weg. Das ist aber der Flug. Autsch. Ich glaube, den Typen hat's erwischt. Oh, ja, nachladen. Mit einem gewissen Ford-Situation hat es echt Vorteile. Da halte ich ganz viel. Oh Gott. Aber irgendwie muss ich gar nicht, ne? Jo. Ich hab echt Angst, dass ich will nicht, dass der nochmal umkippt. Ich hab den schon so oft umkippen sehen. In Live-Tour. Im Spiel. Feindlicher. Ei, ei, ei. So. Und los. Dann sind diese scheiß drei Minuten eigentlich vorbei. Okay. 30 Sekunden. Ach, doch, 30 Sekunden könnten wir schaffen. Was? Oh, scheiße. Übrigens, da hier auf der Mitte, da ist eigentlich so ein Verkehrssitzel. Da hab ich mal ein Foto von Eiffel-Tour gemacht. Aber da ist der Eiffel-Tour. Aber da ist der Eiffel-Tour. Wow. 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 Es passiert schon wieder. Aber da ist der Eiffel-Tour. ... ... ... ... ... da sind die franzosen aber sauber da man tool they always talk we got names dates locations both gave us everything even forgot it seems your hunch was right captain macross already making friends he's meeting with his top advisor six hours from now location is the hotel lustig it's in the center of the city near the old square we have tier one groups assigned to handle this but i don't think they'll make it in time but you're close very i'll contact you when it's done methorov's council all together in the middle of a war zone sounds convenient overconfidence makes you careless we'll infiltrate along two separate routes so you and yuri head for the church and provide overwatch the city's locked down tight we'll need a bank door leave that to me willkommen im park der widerstand erwartet uns ein einzelner noch bringen wir es hinter uns na dann will ich sagen mache ich einen cut bis zur nächsten Folge von call of duty malerwarfer 3 malerwarfer 3 malerwarfer 3 malerwarfer 3